Herzlich Willkommen zurück, Leute! Neue Runde Fortnite Battle Royale mit Kunran und Alex. Hallo, bei mir läuft einer. Und einem echt geilen Set. Also das passt alles zusammen. Das ist super sick eigentlich. Scheiße, er hat die Waffe. Oh, ich komm raus. Ich bin abgehauen. Obendrauf und bei mir ist auch noch einer drin. Ich hab ihn nicht getroffen, er ist dahinter. Er ist jetzt hinter dem Haus. Ja, er hat ein bisschen kassiert. Er ist immer noch hinter den Containern. Hinter den Containern. Ja, er ist am Stein. Oh, der hat mich gut gedrückt. Und hier drin ist einer. Ja, einer drin, genau. Nichts zu sehen. Komm, das ist doch sein Mate. Warum kommt der jetzt nicht raus? Nee, wenn ich da jetzt reingehe und der mich killt, finischt der mich. Nee, aber was ich halt frech finde, ist, dass er nicht rauskommt. Ich sehe ihn, der ist oben. Okay. Er hat grad irgendwas gebraucht. Ah, eine Handgranate. Okay. Er ist oben da, wo die zweite Kiste ist. Ja, wenn ein Mate nicht kommt, sorry. Der wohl eindeutig sein ist zurück gewesen. Bei der zweiten Kiste, genau unter... Na, noch weiter genommen. Der Gang, weißt du, über der Toilette. Ach so. Da ist er aber nicht, oder? Da kamen die Handgranaten gerade her. Okay, ist aber gut. Lass gleich mal bitte den Chill-Trank liegen. Äh, ich geb den Jack. Ich hab seine Shotgun dann. Der K kann nicht abgeben und dann vier kann ich abgeben. Näm 4 eine graue. Ne graue, ja. Okay. Danke. Du hättest auch keinen mit den Chill natürlich auch nehmen können. Hey, wir haben jetzt die Häuser wahrscheinlich noch nicht durchlootet, also ich zumindest meins. Ne, meins ist halt durchlootet hier. Da war ja der Toilette. Ja, wobei nicht. Äh, hier auf jeden Fall ein geiles Set. Das passt alles zusammen. Der Twitch Prime Rucksack, der Knight Rider, der John Wick Glider. Äh, hier war noch einer drin. Hier fehlt Holz. Hier lag Holz. Ja, hier ist auch die Tür auf. Hier ist auch die Tür auf. Hier ist auch die Tür auf. Also ich war, da oben war ich überall. Per Schüsse. Aber es fehlt was da drin ist. Oder was ist da gar nicht schon drin? Nö, nö. Äh, ja hier unten ist er. Wo ist die unten? Minus 60. Hab ich. Ja, hab die, ja. Aber irgendwo wurde da noch geschossen, das habt ihr gehört, ne? Ich hab, also ja, 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 dass die die. Ne, davor, davor, oder? Ja, die Container, Metallcontainer könnten das sein. Aber aus der Richtung. Metallcontainer hat hier auch einer hochgebaut. Äh, hier baut auch einer grad hoch vor mir. Genau vor mir. Ist auf dem Dach jetzt beim Getrauch. Er ist down. Ich geh hoch jetzt aus dem Dach. Ne, da ist noch einer. Push. Ich hab der auf dem Dach. Hier ist noch einer. Tut mir leid. Okay. Bei mir lecken übel. Ich hab das medikiert. Ich hab nämlich 1 HP. Ne. Ja, alles gut. Ich hab hier noch Bandagen für dich gleich. Oder hast du, also Kunal hat 1 HP. Wie hast du noch 1 HP Kunal hier? Der Bush hat mich auf 1 HP geschossen. Ne, da liegen ja noch Schildtränke. Könnts er noch nehmen. Deine M4? Ne, nimm ruhig, nimm ruhig. Kunal hat 1 HP. Ja, irgendwie hast du 1 HP bekommen. Naja, bloß. Was hatte der für eine Waffe? Übrigens, das wissen jetzt die meisten natürlich von euch schon. Fortnite kommt fürs Handy. Morgen ist die Anmeldung dafür. Also ab morgen kann man sich für iOS registrieren. Android-Version kommt halt später. Also es geht erstmal nur iOS. Und was viele falsch informiert haben, beziehungsweise, in erster Linie ist es nicht falsch. Aber für euch vielleicht ganz wichtig. Es ist Crossplay möglich zwischen iOS, PS4 und PC. Bedeutet, Handyspieler können gegen PC-Spieler spielen. Aber die Handyspieler haben die Möglichkeit, das zu deaktivieren. Also jedes Mal, wenn du zum Beispiel ein Match suchst, kannst du sagen, Crossplay ja oder nein. Und diese Info kam nicht überall mit rum. Also viele Leute haben sich schon darüber beschwert. Handy gegen PC ist voll unfair und so weiter. Und das ist standardmäßig nicht an. Es würde die Möglichkeit geben, aber dass du es machen kannst. Und vielleicht ist das eine ganz interessante Info. Ich bin sehr gespannt, wie Epic Games das umsetzt. Dazu gibt es ja noch keine Infos. Es gibt ja schon Battle Royale-Spiele am Handy. Aber jetzt hast du ja dieses Bauelement noch mit dazu. Und du brauchst hier wirklich mehr Buttons. Du brauchst ja irgendwie mehr Kontrolle. Aber ich glaube, die schaffen das schon. Zumindest ist es ja offiziell lizenziert. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Deswegen folgt einfach mal dem Fortnite-Twitter-Account, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ab morgen, also Montag, dem 12.3. kann man sich dafür registrieren. Und wahrscheinlich wird es auf Twitter angekündigt werden. Ich seid also mit dabei. Ich werde mich auch registrieren. Und werde gleich noch ein Video dazu machen, wenn es so weit ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Man könnte auch eine Challenge machen. Einer PC, einer ein Handy. Achso, nur für iPhone übrigens, ne? Bis jetzt. Ja, iOS. Ja, genau. Android kommt später. Am meisten Leid tun mir aber momentan, und nicht nur von Epic Games, sondern allgemein die Xbox-Spieler. Xbox ist zum Beispiel beim Crossplay nicht mit dabei. Ja, geht er lang, da ist er willkommen. Der Handy, PS4, PC. Xbox ist ja immer außen vor. Xbox bekommt natürlich jetzt noch eine Xbox-Skin. Aber Sea of Thieves hat auch auf Xbox Probleme. Ne, Darwin Project. Darwin Project hat auf der Xbox Probleme. Was haben die da? Da geht kein In-Game-Chat und kein Voice-Chat. Okay. Kommissioniert da nicht. Also, äh, Gegner vom Haus hier hinten in der Ecke. Ich mein eben, Voice-Chat ist doch fast das Wichtigste, oder? Links oben baut noch mehr. Achtung, es kommt zu... Ich hab da links einer. Hat noch... Er hat kein Leben mehr. Der eine hat 62 nochmal bekommen. Beide tot. Hier ist ein Schilddrang für dich und ein Medi-Pack. Und dann. Kann ich gleich abgeben und nimm die Schilddränke. Medi-Kit, ja. Ich hab hier noch ein... Ne, Schilddrang. Also das mit dem Voice-Chat ist aber auch wieder ein Fehler. Das ist nicht gewollt, dass die das nicht haben. Es funktioniert da noch nicht. Xbox ist momentan echt hart im Nachteil immer. Ja. Lüge auf der Straße. Wir haben ein elektrisches Spiel heute leider. Ich hab grad was in OBS umgestellt, ne? Was was in OBS umgestellt? Ah. Lass uns das eben noch drüberspielen und dann gucken wir gleich, ob wir da was fixen können. Puh. Aber ja. Das ist momentan Stand der Dinge. Checkt auf jeden Fall Fortnite Twitter aus. Xbox-Spieler durchhalten. Allgemein. Ja. Das wird sich schon wieder regeln. Bin auf den Exclusive-Skin von der Xbox. Gespannt, wie er in-game aussieht. Der PS4-Skin finde ich ziemlich nice. Den Xbox-Skin, der bis dato geleakt wurde, ist ziemlich hässlich. Dafür gibt's CFCs auf der Xbox auch. Ja. Da auch einfacher. Als auf PC sogar noch. Ja, das stimmt. Einfach starten. Blaue Pump. Welche? Oh, die. Entschuldigung. Oh, ich nehm die mal mit. Ich nehm mal das Drumhead mit. Jo. Oh, interessante Zone übrigens. Also ehrlich jetzt. Lucky Landing und New Factory. Tschüss. Habe ich nicht gehört. Ich sehe ihn aber. Ich höre. Close. Ist auch direkt. Den habe ich. War er alleine? Ja. Also ich sehe keinen anderen gerade. Hört jetzt nehm anderen Team dazu? Ah, ich sehe sie da hinten. Oh Gott. Die sind ja voll weit weg. Könnt ihr euch kurz einbauen? Wir sind eingebaut. Okay. Ich trink nämlich gerade noch was. Wo ist denn der Typ hingekrabbelt? Ist der immer noch jemand? 165 bauen die. Habt ihr auf dieselben geschossen? 165? Ja. Hier ist noch ein Mini-Schild, Alex. Wenn du den noch nimmst, dann können wir weitergehen. Ich suche den Typen, den wir hier gedownt hatten. Wo ist der hingekrabbelt? Ich hole den drunter. Ich hole den eben. Du hast Mini-Schild aus dem Haus. Jo. Hab ich. Ja, ja. Er kriegt da weg. Aber er war hier noch oder was? Ja, ja klar. So schnell kommst du nicht weg. 33er Schild hit. Close? Ne, ne. Da hinten wohl gebaut wurde. Also bei dem Holz. Okay, okay. Das habe ich auch gesehen. Alles klar. Gut. Loll. Hier sind mehr Leute als wir denken. Da ist richtig Action. Lass ganz links rum gehen. Ja, ja, ja. Da rechts sind... Die sind rechts weg, oder? Die sind jetzt die, die da schießen. Ich glaube ja, ne? Es sind mehrere jetzt. Hier müsste jetzt einer schon gleich sein. Ja, da baut einer. Hebt auf! Von links. Von links. Leute. Ich weiß nicht von wo. Links an der Scheune. Ja. Und Südwest am Metall. Metalltreppe. Metalltreppe. Ja, die Metalltreppe. Ja, die Metalltreppe. Holy shit, wie schnell der mich gefehlte. Den habe ich. Der war gecault. Ja. Mach ein bisschen safe, Alex. Lass mich aufheben. Ja. Ich safe die so Dings hin. Oh nein. Close bei mir. Ja. Hat einen Hit gekriegt. Ist low. Ja. Hast du ihn, oder? Kann ich ihn nicht aufstehen, ey. Das war immer noch nicht der Scheunen-Typ. Ja, Scheunen habe ich nicht gesehen. Der muss oben drin sein, oder so. Ey, der war links hinter der Scheune. Wie wieder? Von ron? Minischild bei mir. Ja. Ich gucke kurz mal hinter die... Ich habe ihn nicht gesehen, gerade beim Gucken. Er schießt aber. Ja, ja, der ist da. Vor der Scheune. Ja, hinter der Scheune. Hinter der Scheune. Hinter der Scheune. Meine Seite. Es sind auch andere, glaube ich, ne? Alex. Ich gehe zum Kunden dran. Ich habe Medi-Pack hier Kunden dran. Ja. Hier liegen auch noch Medi-Pack. Achso. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir einmal überleben. Weil wir werden wahrscheinlich gepusht. Die checken ja gerade alle, dass wir am rumballern sind. Ich gehe auf die Scheune rauf und gucke von da. Schlüssel. Hinter euch, glaube ich. Ich sehe nichts bei mir. Lass mal hier durchgehen. Ich habe hier noch ein Medi-Pack notfalls. Und noch ein Schild. Hast du das zum Medi-Kit zu kommen, Kunan? Ja, das schaffe ich bestimmt nicht. Ich will nur eben wieder zwei Schild... Kunan, ich lege es genau hier ab, ne? Genau in der Ecke. Ja, von hinten. Von oben auf den Berg. Richtung kurz? Weil ich gerade weg bin. Äh, Westen. Ja, check. Sehen, hatten wir eigentliche... Medi-Schild-Ränke liegen hier überall rum, ne? Naja. Naja. Nur mit Medi-Kit gerade. Einer ist down davon. Wow, der Pfeil war gar nicht so schlecht. Der hat direkt einen Headshot gekriegt. Oh. Ey, bin jetzt auf oben. Alter, was hier noch alles liegt, ist unglaublich. Hat einer den Granatwerfer mitgenommen? Ne. Lag da einer? Ich glaube, ich nehme den. Ja. Ich habe superviele Granaten. Ich habe auch noch zehn Granaten für dich. Da, hallo. 16 jetzt gerade. Der ist tot. Äh, okay. Ich habe keine Ahnung, wo der zweite von denen ist. Ja, der war noch gedownt, lol. Ey, da, lo. Ich habe den Job. Ja. Oh, das sind zwei Teams da oben. Ja, ich habe zwei getötet da gerade oben. Also wirklich tot. Oh, Sniper. Jo. Ich mache, glaube ich, dieses Auto-Bild wieder raus. Ich habe nur so ein Dings, die so ein... Ach, schade, dass sie nicht gerade ausschießt. Mach sie jetzt, wenn du dich nicht bewegst. Hat sie vorher nicht. Ist das drin? Du musst nur hundertmal, also du musst stillstehen. Dann schießt du gerade aus. Haben sie gepatcht. Ist gut. Komm schon. Das sind zehn Gegner. Lass mal die anderen noch kurz ausschalten. Ja, genau. Es sind noch zehn Gegner, würde ich. Hinter uns, Südosten, ist ein Turm. Da könnte einer drin sein. Relativ groß der Turm. Der andere ist leicht linken. Er baut da wieder seinen... Der oben baut seinen Turm. Ja. Schießt ihr nach oben oder was schießt ihr hin? Ja, ich schieß nach oben. Auf dir oben rechts, ja. Ja. Ja, gut. Er will hier meine Wand kasten. Irgendwas fliegt doch da. Der ist im linken Togen. Das war doch nicht. Achso, Leute. Ich bin nicht der Meinung. Ah, du hast den AirDrop angeschossen. Hoffnung, dass die anderen daher hingehen. Random Bombardemore. Er guckt auch immer so kurz drüber, schießt, duckt sich wieder. Ja. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Der Rechte ist da... Eigentlich guckt der die ganze Zeit. Nein, der guckt immer nur, schießt und ist wieder weg. Wo ist das andere Team? Ich hoffe hinter denen. Ja, den habe ich rechts. Den habe ich auch gerade geschossen. Sehr gut. Wo ist der andere? Da links. Wollen wir wieder hoch? Zu denen jetzt? Ne, ich weiß, das sind mehr. Der hat direkt gebaut gerade weg. Das heißt, das sind vier. Oder drei mindestens. Ja, die nächste Wand leider noch. Einer von uns hat kassiert. Ja, ich habe einen Medi-Kit. 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 Ja, deswegen ist die nicht so cool. Mini-Schild lag an der Scheune noch, aber die ist glaube ich nicht mehr drin. Neuer Turm, SW. Fetter Turm. Medi-Pack würde ich gleich nehmen, wenn wir wieder eingebaut sind. Der hat auch nur noch Handlingweife da oben anscheinend. Oder Deagle oder was auch immer. Ja, aber der hat einen fetten Turm. Turm, der in alle Richtungen sehen kann. Der wird aber von irgendwo beschossen. Der steht doch nicht optimal. Die Treppe. War da drin? Ne, ne? Ne. Schade. Wir müssen eigentlich da hoch. Ja, los. Auf geht's. Ich gucke einmal nochmal rüber. Drüben sehe ich nichts mehr. Was geht denn da oben ab, ey? Der Airdrop unten wurde aufgemacht. Ne, der schießt hier mit diesen komischen. Was auch immer der da benutzt, ey. Oh scheiße. Einen hab ich getroffen. Mit dem Granatenwerfer. Ja, der liegt unten. Ne, den hab ich genommen. Oben hab ich einen. Noch einer oben drin. Einer ist hier runter gesprungen. Ne. Der ist oben drin, der ist oben drin. Einer ist vom Fallen gestorben. Der ist los. Der ist los. Ja, nice. Ich hätte jetzt den Turm abgebaut von denen. Wunderbar. Hau den mal wieder ganz, Kunran, ja? Sind die anderen schon unten? Wissen wir das? Bestimmt. Nicht, dass sie den selben Weg hoch nehmen wie wir. Ja, das hab ich mich auch gerade angst. Ich find den Turm eh fast zu hoch. Also mich stört der Turm eh. Ja, der ist von oben runter gesprungen und ist gestorben. Ja, ja. Der Turm ist mir zu... Wir werden beschrungen von unten links. Oh fuck it. Von unten. Ja, ich seh ihn. Mit ner Diegel. Diegel im Lauf. Ist low. Einschuss. Ist down. Ist runtergerutscht den Berg. Ist runtergerutscht den Berg. Moment, da sind die anderen. Down ist gut. Der ist außerhalb der Zone, oder? Ja, er liegt da unten. Der ist außerhalb der Zone. Na komm. Ich erlöse ihn mal. Ich kann ihn nicht erlösen. Ja, ich hab ihn erlöst. Beide. Ich glaub, die sind hinter uns links hier. Ja, ich hab Angst, dass die über uns gleich kommen. Ja, ja, ja. Hier im Westen vom Berg. Ich hab sie gesehen. Jumphead von euch? Von mir. Ich bin über einem. Ja, ich seh die. Ich bin über einem. Der baut sich zu mir, ne? Ich bin genau bei ihm gelandet. Nice. Wunder, wo ist der andere? Einer fehlt. Okay, entweder ist das ein Singlespieler, oder? Der war direkt tot, oder? Nein, nein, nein. Ich hab ihn gefinisht. Ich hab ihn gefinisht. Der muss dann schon oben sein, oder was? Nee, er hat gebaut. Also der Dude hat, äh... Wo ist denn der? Ja. Wir können alle ein Jumphead nutzen. Ja, wo ist denn das? Ja, folgt mir. Hier. Hä? Ich seh das Jumphead nicht. Hier unten drin. Ach, da unten drin, lol. Voll versteckt. Nix gesehen. Bei euch irgendwo? Ja, da haben wir am Busch geschossen. Ach so. Ich hab ihn vorhin gehört, glaub ich sogar. Scheiße. Steht auch immer hinter mir. Alles gut down gegangen. Was ein geiles Finale. Also der Ort. War ein krasser... War was anderes. Leute, ich hoffe die Runde hat euch gefallen. Schaut bei Alex und Kunan vorbei. Wir checken erstmal das bei Alex. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.